Guten Morgen! Es sind Tage wie diese, wo ich morgens aufstehe und sage, boah, ist das fantastisch, dass ich hier bin und alles ist so schön und die bunten Blätter und das weiße Raureif und die Gänse und die Luft. Einfach nur fantastisch. Guck mal, wer da kommt. Ja, machen wir ein Video, wer da kommt. Das wollte ich eigentlich sagen, wie schön hier alles ist. So gut, gehen wir rein.